Herzlich Willkommen zum Abendgebet aus der Gemeinde Nordenham. Wir hören aus dem Lied 287 unseres Gesangbuches die dritte Strophe. Ich weiß, an wen ich glaube und nahe mich im Staube zu dir, o Gott, mein Heil. Ich bin der Schuld entladen, ich bin bei dir in Gnaden und in dem Himmel ist mein Teil. Liebe Schwester, lieber Bruder, ich glaube daran, dass Gott nur mein Heil will. Dieser Glaube muss sich einer Bewährungsprobe unterziehen, wenn ich oder jemand, den ich liebe, leiden muss. Die Fragen nach dem Warum und Wozu kommen ganz von alleine auf. Dann beginne ich vielleicht, Gott anzuklagen. Mit der Zeit werden die Klagen auch leiser. In der Regel verschwinden sie nie ganz. Sie werden aber von etwas anderem überboten. Zum einen ist es mein dennoch Glaube. Zum anderen ist es die Liebe Gottes. Auch in Zeiten der Dunkelheit glaube ich dennoch, dass Gott mich liebt. Wenn es um mich herum Nacht wird, werde ich dennoch nicht aufhören, Gottes Licht zu suchen und es auch finden. Egal wie mein Leben verläuft, sollte sich meine Beziehung zu Gott in ihren Grundpfeilern nicht ändern. Wenn ich im Gebet vor meinen Schöpfer trete, will ich das in Ehrfurcht, Demut und in Buße tun. Dann werde ich erleben, dass Gott nur mein Heil will. Er wird meine Schuld auf sich laden. Bei ihm werde ich Gnade finden. In seinem Reich wird mein Erbe meine Zukunft sein. Großer Gott, du bist unser liebevoller Vater, unsere liebevolle Mutter. In großer Ehrfurcht beten wir dich an. Wir glauben daran, dass dir nichts unmöglich ist und dass du alles gemacht hast. Hab Dank, dass du uns deine Kinder nennst. Danke dafür, dass du deine Allmacht für unser Heil einsetzt und dass alles, was geschieht, uns nicht von dir trennen kann. Vater, manchmal haben wir das Gefühl, dass du uns verlassen hättest. Lass uns bitte nie vergessen, dass du uns unendlich liebst und lass uns die Taten deiner Liebe immer recht erkennen können. Unsere Taten, Worte und Gedanken sind unvollkommen und manches Mal böse. Bitte nimm unsere Buße entgegen und höre unser Flehen. Schenke uns deine Gnade und Vergebung. Wir beten für alle Menschen. Du hast sie alle erschaffen und liebst sie alle gleich. In deinem Sohn, Jesus Christus, hast du dich selbst als Opfer gegeben, damit alle Menschen zu dir kommen können. Wir bitten dich, lass immer mehr Menschen zur Erkenntnis über deine unermessliche Liebe gelangen. Sende bald deinen Sohn und errichte das tausendjährige Reich deines Friedens, damit alle deine frohe Botschaft über die Erlösung der Menschen hören und den Sieg über Sünde und Tod feiern können. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wünsche dir eine gesegnete Nacht.